Ninja, sei dran. Ja, ich arbeite dran. Jetzt hetzt. Du darfst den Meister tun, jetzt hetzt. Den Meister, vor allem. So, jetzt gehst du rechte Maustaste. Erst rechte Maustaste. Und dann Dina. Und dann kannst du dich hinschwingen und Enter drücken, dann lässt er die Fallen. Und dann darfst du dich hochziehen. Aber... Jaaaah! Ah! Was? Was? Auf und erleben! Ah! Egal. Zwei. Und tschüss! Zwei von drei! Und vier Leute! Mann, hab ich einen beschissenen Grabstein. Ja. Parallel Grabstein. Oh mein Gott. Jetzt muss ich erst mal wieder klar durchgucken. Ja. Den hab ich jetzt überhaupt noch. Kann das sein, dass ich nur noch... Ui! Oh ja. Aber vielleicht nicht nach Sonnenschein. Das Problem irgendwie ist, dass bei meinen keiner steht. Wo hab ich denn mal noch einen? Das hat nur noch die Beine. Hat da unten das Kilek noch? Lässt du meinen Arm necken? Ja. Der hat hier nichts getan, du Arsch! Nein! Ja. Schöne Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ja, die neuen Teile sind irgendwo komisch. Nein, wir machen keine Steiche. Nein! Überhaupt nicht. Hey, look at him go! Dudel doch! Ah, ok. Soll ich du, du glaubst, mal wo's stattfinden? Nein! Ok. Da machst du jetzt... Mit dem Ding gehst du einfach irgendwo hin. Du klickst, irgendwo hin musst du mal gucken, da 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 hin kommst. Komm mal schießen. Stopp, das geht. Ja, das geht. Und dann geht er halt mal so hoch und dann fliegt er da hin, wo der Wing gezeigt hat. Bin ich jetzt mal schaden? Ah! Ein bisschen wenig. Bruh de huuu. Kann da nur. Hätte ich eigentlich auch ein Bull. Nein. Nicht schon wieder. Und der auch. Mushroom, mushroom. Ja, was war es auch nicht. Keine Ahnung. Magic Mushrooms. Bad job, bad job, bad job. Mein Blitz über meinen Wacka. Ganz einfach. Ich werde davon jetzt gleich... Maschroom, maschroom. Das Ding davon knallen. Die Jungs haben irgendwas. Der hab ich auch. Ach, der hat mich auch. Boah, der eine, eine auf die Pixel. Scheiße! Nur vorbei. Scheiße, blöd. Ey, jetzt kommt kein Zweier, Mann. Jetzt hat er knackt sogar seine verdammte Führung. Ja, ich weiß. Ich muss aber jetzt erst mal her. Verdammt, jetzt hab ich über meine Führung verloren. Ah, ich hab den scheiß Pixel gefallen. Wacka, wacka, wacka. MASHROOM, MAPFEL. Mach doch gar nix. Mach doch gar nix. Wacka, 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 wacka. Wacka, 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 wacka. Wacka, wacka, wacka. Schieß einfach. Siehst eh nix. MASHROOM! Wow! Du bist schuld. Gott, Alter, auch mal so eine komische Welt mit so einem... Ich bin schuld. Verstanden! Ah, das war Highland. Ey, Rudi. Ich hab heute nur auch immer. Tja. Oh, mir ist heiß. Mir ist so kacke heiß. Tja. Oh, komm schon. Doch, genau da setz ich's jetzt hin. Komm schon! Und was bringt dir das? Äh... Verstanden! Ich werd mich jetzt warten, bis ihr alle, äh, bis ihr bald euch gegen seid, nicht zu knallt und werdet dann aus meinem Loch rauskriechen und werdet dann mit Rudi die Weltherrschaft an mich heißen. Das ist ein wunderschöner Traum. Das ist ein wunderschöner Traum. Ja, die Bierflasche. Und? Wird's auch noch? Wird's auch noch trinken, oder? Wird's auch noch trinken, oder? Wird's auch noch trinken, oder? Wird's auch noch trinken? Meine Fresse! Ja, ich hab so langsam das Gefühl, der will mir die Bude hier abfackeln. Das sagt der Hauptraucher hier im Raum. Und? Ich pass auf, wie ich rauche. Boah, ist das heiß! Mein Laptop schwimmt mir hier gleich weg. Oh, scheiße. Ey, der Aschkopf gegen den. Der Aschkopf gegen den. Was? Das find ich doch mal cool. Wer links sein muss. Skandala! Scheiße, ey. Ich kann mit diesem Skandal um Ruhi nicht aufhören. Skandal um Ruhi. Weißt du, jedenfalls. Ich för damit nicht mehr auf. Ich glaub, ich fäng echt spielweise auf. Wow! Wow! Hier, wie heißt das? Verstanden! Ja, das brennt dann noch nicht. Das killt mal nicht drauf. Ja, ja, ich weiß. Du bist ja externe. Ja. Soll ich die rennen oder du? Egal, ich pack's von mir auf den Ding. Ja, dann lass mich. Ich hab die neuere Version vom Remake und alle. Abstand, ich hab keinen Dynamit mehr. Dynamite! So, kleinen Würmer. Ab durch die Mitte. Was ist ein Flammenwerfer? Äh, was ist ein Flammenwerfer? Ich weiß, ich weiß, was ein Flammenwerfer ist. Aber ich weiß nicht, was ein Flammenwerfer ist. Keine Ahnung. Verstehen wir es aus. Und sagen wir mal, Flammenwerfer ist ein langes... BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Selber schuld, würde ich sagen. Was ist denn ein Schaf? Ein Schaf! Schaf ist toll. Das springt dann da rum und dann kannst du irgendwann nochmal leertest drücken und dann macht das Boom. Ja, das explodiert halt erst mit 100 Pilz. Aber ich würde dir das in der Situation nicht empfehlen. Wieso, wenn der sich da rein stellt und dann da rein lässt und dann wegläuft? Naja, das bleibt wahrscheinlich stecken. Wenn das so eng ist, dass das in der Regel steckt. Fühler, bitte! Jetzt könnt man ja auch noch mal gucken. Hast du den mit? Ja. Ich hab verloren. Jeder, der das Kacke findet, bitte Comi schreiben. Was ist denn denn? Jeder, der ist gut für den Tag aufschreiben. Muss ich auch wieder Meistern stehen. Und jeder, der meint, ist das egal. Darf auch einen Comi schreiben. Aber was schreiben die die Comi, wenn die keine Meinung haben? Ich hab keine Meinung. Nö, die schreiben dann ihr seid scheiße, geht sterben. Weil die mit unseren Bühnen nicht klarkommen. Weil die mit unseren Bühnen nicht klarkommen. Nein, die schreiben dann, hey, ich geh jetzt Fang Royale gucken. Ja. Was ist natürlich vollkommen verstehend. Ich auch. Fang Royale ist aus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, absolut. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ja, ja. Er kriegt uns schon. Komm, bring dich um. Bring dich um. Bring dich um. Jalla. Ja. Pff. Na? War das heute noch was? Ja. Ja. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Er hat's wirklich gepackt. Meister ist in der Seite. Wuuu. Ich glaub der will mit meiner Yuna flippen. Er ist für die Finger von... Er ist für die Finger von meiner Yuna. Böses kleines Etwas. Man Wurm. Und Würgmann tun das, was Würgmann am besten tut. Du, äh... Man in Black. Man in Black. Irgendwie Tuchmann nur Wurm. Hahahaha. So ein Vergleich. Ich glaub ich muss noch stoppen. Ich glaub ich muss noch stoppen. Ja, 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 ja. Weck ist er. Hahahaha. Er hat meine Yuna ertrinken lassen. Ja, Yuna hat entdeckt mich mit... Die geht dir fremd. Wieso mir? Ja. Ich hol dir ein Wurm. Oh, das find ich natürlich jetzt hier mal grad ganz nice. Oh, das ist auch jetzt schön. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Jetzt müssen wir ja eigentlich... Ah ne, ich hab noch drei. Warte mal, du hast noch die beiden, wo? Oder hast du noch einen? Ne, du hast noch Waka, wo? Waka, 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 Waka. Waka steht da unten. Der kommt momentan nicht. Waka! Irgendwie weiß ich, dass mir das nicht gefallen wird. Das sieht böse aus. Ich muss jetzt natürlich nur den richtigen Winkel treffen. Ja, also ich glaub bei der Winkelstärke brauchst du dir keinen Traum machen. Einfach nur draufhalten. Ich will ja nach Möglichkeit beide nach unten befördern. Was machst du? Ich dachte nur vielleicht. Ich dachte, du hättest die normale. Nein. Das war die Cluster-Pakete. Ja. Kann helfen. Das kommt nichts mehr. Verstanden. Das ist mein erstes Wurmspiel. Mein erstes Wurmspiel. Mal ganz cremig bleiben. Ja. Ich cremig bleiben. Nur hier noch ein bisschen ekel. Warum nimmst du nicht mal normale Dinger, sondern immer die, die da noch mal drei mal explodieren und denen wir nichts bringen? Weil es Spaß war. So ist die nicht. Wo ist das denn gegen? Da hast du Riko den Arschbar dran. Ist echt nichts. Wisst ihr derjenige, der am meisten früher gespielt hat. Von der ersten raus. Ja. Und der Meister des Unleasers lebt. Nummer 5 lebt. Ungeiler Film. Ja, das kommt schon an. Ja. Wo ist die Story ein bisschen strange für ein Stück? Input! Hm. Probier was von dir hier. Du, äh, Baltheer. Baltheer. Ja, leck mal am Arsch. Nein. Jetzt nicht. Ich spreng dir jetzt mal die Gesichter vor. Bäh! 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 Aua! Übrigens, du befindest dich jetzt in schlechter Gesellschaft. Ja. Ochjo! Dann befindest du dich nicht. Wacka! Er könne sich jetzt mit dem Teil aufblasen. Selbst die Zerstörung. Ja, er könne, ja. So, ich zieht an der Fall. Das muss ich natürlich jetzt... Ich frage, ob er damit beide Tätentypen... Wahrscheinlich nicht. Ich nicht soll's. Ja, ich weiß nicht. Ich kriege da immer Probleme mit den Esslaufen. So, jetzt machen wir es natürlich auch die ganze... Sowieso eigentlich ja. Auch wenn ich weiß, dass ich dadurch meinen eigenen... Uh, das ist ein bisschen kacke, aber... Das tut es. Tut es. Du, wie ist klar, dass ich mich dafür ganz frühzeitig rechnen werde. Wieso? Aber natürlich. Weil er ist dein Liebling. Gut. Wer ist denn dein Liebling? Was ist das? Mein Liebling ist glaube ich schon so. Der ist... Meist mal. Gut, dann weiß ich, wo Fähnchen ist. Ne, den hast du glaube ich im Moment gerade. Nein, das ist Neckriff. Richtig. Kann ich nicht. Kann ich Kanzelbomber. Du hast doch mal so'n anderen, wo du's hier aufdust. Äh, keine Kanzelbomber. Womit bring ich dich denn jetzt mal um? Ich hab ja kein Dynamit in den. Hast du nicht noch einen Baseballschläger? Mach dir keinen Schaden. Äh, nö, aber der schleudert den wahrscheinlich noch drunter. Erstens das und zweitens macht er 30 Schaden. Also das reicht bei... Ah, ja. War's dir. No, oder so. Ich mein, ich schieß mich da mit Läweins aus, aber... Ist doch in Ordnung, Kleiner. Alles wieder gut. Ihr seid beide scheiße, ja? Ja, wissen wir. Deswegen hängst du auch mit uns ab. Natürlich. Du hast doch nichts besseres zu tun, als an dem Tag, wo wir Ferien kriegen. Du bist in der absolut heißen Bude. Richtig. 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 Aber... Wir tun es für die Fans. Oh, für die Fans. Das sind die Fans. Ich meine Ahnung. Die, die wir irgendwann mal haben. Ich hab einen. Ich nicht. Doch, ich hab Dizzy als Fan. Hey! Du hast Dizzy, ich hab ganz schnell langsam. Wen? Ganz schnell langsam. Was ist das? Ah! Genau, das ist der Dingspunkt. Verstanden! Das ist der, der schnell langsam ist. Der Dingsstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstückstück. Richtig. Du musst nicht braunig sein. Ich hätte gerne mal eine Heide gehabt. Also, glaub ich, ich hab ein Schaden. Ja, die hab ich glaub ich schon erwartet. Nee, du hast die, die muss ich einsammeln. Ich hab die nicht eingesammelt. Ich hab nix eingesammelt. Die war eigentlich gar nicht reingeschaltet. Warum hast du die da wirklich schnell? Ich krieg den Bonus, weil ich so cool bin. Scheiße bist du. Aber ich glaub, es kann auch sein, dass das Eingeschnellte ist, dass wir so mehr Punkte als Thema haben müssen. Dann wärst du das ganz weit vorne. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielen Dank.